Hier ist Keyboarder Karl. Ich möchte euch etwas sagen. Die Welt, wie wir sie kannten, sie hat sich verändert. Nationen kämpfen zum ersten Mal gemeinsam. Sie kämpfen gemeinsam gegen einen mächtigen Feind. Dieser Feind ist ein starker Feind. Diesen Feind kann niemand alleine besiegen. Die Nationen der Erde vereinigen sich. Der Mensch, der nicht lernen wollte, hat gelernt. Gemeinsam kämpft die Menschheit nun gegen diesen Feind. Und der Mensch wird nie aufgeben und bis zum letzten Atemzug weiterkämpfen. Gemeinsam werden die Nationen der Erde mit vereinten Kräften diesen Feind vernichten. Schottland, mit dem Sound of the Highlands. Ich rufe euch. Spielt eure Instrumente für die Menschheit. Spielt so laut ihr könnt, dass die Erde bebt und der Feind erzittert. Ich rufe euch. Ich rufe euch. Helft uns. Spielt und singt im Chor, so laut ihr könnt. England, Amerika, Afrika, China, Japan, Russland und Ukraine. Ich rufe euch. Singt im Chor mit mir, so laut ihr könnt. Italien, Norwegen, Spanien, die Schweiz, Österreich, Luxemburg, Türkei, Ungarn und Griechenland. Singt mit. Singt mit dem Chor der Erde. Polen, Deutschland, das Königreich Niederlande, Belgien, Bulgarien. Hört mir zu und singt mit mir. Wenn ein Mensch, eine winzige Figur wie ich, euch alle erreichen kann, so werden wir alle gemeinsam zu etwas Gewaltigem werden. Zu einem gewaltigen Gegner, dem kein Feind besiegen wird. Lasst uns alle in Chor singen, dass der Feind vor Ehrfurcht erzittern wird. Jeder soll die Glocken eurer Kirchen hören, euren Gesang, ganz egal welche Region. Lasst sie erklingen. Der Feind soll uns alle hören, er soll zittern und er wird sich zurückziehen. Er wird verlieren, er wird besiegt. Ich rufe alle Christen. Ich rufe den mächtigen Islam. Ich rufe die Buddhisten und die Religionen der Welt, um zusammen ein gemeinsames Lied zu singen. Vereinigt euch, haltet zusammen, vertraut einander, seid füreinander da und niemals gegeneinander. Helft einander, schaut nicht weg, wenn jemand in Not ist. Wir werden dann wieder tanzen. Wir werden wieder singen und feiern. Wir werden wieder gemeinsam den Sonnenuntergang in Freiheit erleben. Vereinigt euch, denn nur dann wird der Mensch siegen und nicht von dieser Erde weichen, wie es einst die Dinosaurier taten. Wir sind ein Gattung. Wir sind eine Gattung. Wir haben ein Ziel und wir werden niemals aufgeben. Dies sage ich euch als winzige Figur auf dieser Erde. Ich als einer, der niemals aufgeben wird, an das zu glauben, was uns alle vereint. Ich glaube an das, was viele vergessen haben. Ich glaube an die Zukunft und ich werde niemals aufhören, daran zu glauben. Euer Keyboarder Karl January November pack ignore Youtube November ping November November Untertitelung des ZDF, 2020